Haut euch das Geld doch auf den Bauch, dass es nur kimpert und scheppert. Das hat Tradition und ist alter Brauch, am Ende fragst du dich, bist du deppert? Gerald Fleischhacker, Gregor Seeberg, Rudi Rubinek, Gary Seidel und viele andere decken Steuerverschwendung und andere Frechheiten auf. Bist du deppert. Dienstag, 20.15 Uhr. Puls 4. Dienstag, 20.15 Uhr.